Wir setzen auf Lösungen statt Schuldige. Wir setzen auf Vernetzung, nicht Alleingänge. Wir setzen auf Veränderung, nicht auf Dogmen und Ideologien. Wir setzen auf Dialog und nicht auf Kämpfe. Wir setzen auf Praxis, nicht nur Theorie. Wir setzen auf hohe Ansprüche, nicht auf Masse. Wir setzen auf Werte, nicht auf Opportunismus. Wir setzen auf Courage statt moralischer Siege. Wir setzen auf Freiheit statt Angst. Wir setzen auf Qualität. GCN Academy – Qualität als Maßstab.